Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und Additiverfertigung beginnen, erfahrene Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt. Das ist eine Anleitung, so spart man massiv Kosten mit 3D-Druck. Wir haben hier eine ganz tolle Fallstudie und eine Interview-Folge, wo wir 180 gefundene und umgesetzte Produktanwendungen mit 3D-Druck umgesetzt und gefunden haben. Und diese Folge hat es mega in Sicht, weil wir sprechen hier nicht über irgendwelche Möglichkeiten mit 3D-Druck, sondern über tatsächlich erreichte Ergebnisse und vor allem den Weg dorthin. Denn diese Folge soll eher als Anleitung dienen, wie man Kosten einsparen kann, vor allem mit dem Werkzeug-3D-Druck. Egal, ob Sie jetzt Techniker, Ingenieur, Konstrukteur oder in einer Entwicklungsabteilung von einem mittelständischen Unternehmen tätig sind. Da ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, jetzt meinen Interviewgast ganz kurz vorzustellen. Das ist nämlich Mathis Kleinert. Er ist Leiter der Additiven Fertigung bei Neuenhauser Maschinenbau GmbH. Ja, Mathis, ich freue mich riesig, dass du im Podcast da bist und dass wir jetzt darüber sprechen können. Stell dich doch einmal ganz kurz vor. Ja, erstmal hallo, Johannes. Ja, ich bin Mathis Kleinert und ich bin eigentlich der Ansprechpartner für alles zum Thema 3D-Druck innerhalb der Neuenhauser Maschinenbaugruppe. Und wir sind eine relativ diverse und große Maschinenbaugruppe. Wir haben über 30 Standorte verteilt über Deutschland, aber auch international mit, ja in der Summe, ich glaube über 2500 Mitarbeitern. Und wir machen eigentlich alles, was der Maschinenbau so anbietet. Demnach haben wir eigentlich auch ein sehr großes Potenzial für den 3D-Druck. Wir machen wirklich klassische Lohnfertigung. Wir machen Baugruppen, Anlagenfertigung. Wir haben verschiedenste Maschinenelemente und Baugruppen, die wir auch wirklich in großen Stückzahlen, jenseits der, ich weiß es nicht, 100.000 Herstellen, auch für die Fahrzeugindustrie. Wir haben viele eigene Produkte und Segmente. Wir machen Maschinen für die Transportautomatisation, Verpackungstechnik, Textilmaschinen. Da kommen wir eigentlich ursprünglich mal her, vor über 70 Jahren oder so. Wir machen Umwelttechnik. Wir haben aber auch Flurförderfahrzeuge. Teilweise auch autonom fahrende Fahrzeuge. Und selbst die IT gehört bei uns in einem eigenen Unternehmen zur Gruppe. Demnach machen wir so viele verschiedene Dinge im Maschinenbau, dass da sehr viel im Bereich 3D-Druck anfällt, wofür ich eigentlich der universelle Ansprechpartner bin. und die Technologie etabliere und nutze für uns. Das ist super spannend. Wir haben ja jetzt eine ganze Zeit lang auch zusammengearbeitet. Es ist ein absolutes Eldorado, wenn man das so sagen kann, bei dir, um Teile entsprechend zu finden. Aber bevor wir jetzt gleich ganz tief so ins Thema einsteigen, habe ich erstmal noch ein paar generelle Fragen, die ich dir sozusagen stellen möchte, damit dich die Podcast-Hörer so ein bisschen auch kennenlernen in der Hinsicht. Weil es ist natürlich immer super spannend, wie ist man selbst zum 3D-Druck gekommen. Also wie war denn so dein Weg in die additive Fertigung zu deinem ersten 3D-Drucker und so weiter? Ich glaube, mein Weg zum 3D-Druck beginnt, wie bei vielen technisch interessierten Leuten. Also erstmal war ich damals noch in der Ausbildung 2017, 2018 zum technischen Produktdesigner oder technischen Zeichner, wie man es jetzt nennt. Und habe da damals in Dienstleistungen noch Konstruktionen nebenbei gemacht für eine kleine Firma. Und da habe ich tatsächlich den ersten Drucker geschenkt bekommen. Der stand irgendwo in der Ecke und hat noch funktioniert. Den habe ich einfach geschenkt bekommen von einem Kunden und habe den zum Laufen gebracht. Und da war ich eigentlich direkt schon Fan der additiven Fertigung, weil als Produktdesigner, der den ganzen Tag am Computer Dinge entwirft und Teile konstruiert, war es natürlich der Traum, die direkt im Nachgang auszudrucken. Und dann ging es eigentlich ziemlich schnell, dass ich danach im Studium ging es dann hoch bis in, glaube ich, sieben oder acht Anycubic-Drucker hatte ich. Ich glaube, das sagt jedem, was der damals so angefangen hat mit 3D-Druck. Und auch SLA-Drucker kamen dazu und habe dann eigentlich aus meiner Wohnung raus, auf den ganzen Geräten schon angefangen, verschiedenste Teile zu produzieren und an Kunden zu verkaufen. Unter anderem auch an Neuenhauser. Neuenhauser war damals auch mein Ausbildungsbetrieb. Und durch den Kontakt konnte ich dann während meines Studiums gleich schon Teile, die ich kannte, herstellen und quasi Neuenhauser bereitstellen. Und habe darüber dann natürlich auch relativ zügig wieder, ich glaube, da war ich sogar noch im vierten Semester, wieder den Weg zurück zu Neuenhauser nach dieser kurzen Pause nur gefunden. Und habe dann da die Aufgabe bekommen, quasi den 3D-Druck dann wieder als interner voranzubringen, weil so ein großes Unternehmen natürlich eine Menge Potenzial hat. Ja, also das klingt ja super spannend, vor allem der Weg, dass du am Anfang gar nicht direkt damit konfrontiert worden bist von dir selbst, sondern eher, dass jemand gesagt hat, guck dir das mal an, reparier den. Und natürlich hast du den wahrscheinlich repariert und hast dir gedacht, was denn das Tolle ist, wenn ich nur am PC sitze, um dann mal was in der Hand zu halten. Und jetzt, wenn man den Weg so betrachtet von dir, dann hast du jetzt so deine eigene Abteilung und hast ganz viele spannende Aufgaben, viele Probleme, die du löst. Und jetzt hat es ja alles nicht wunderbar angefangen, dass du jetzt, gehe ich davon aus, ein paar Drucker bei Neuenhauser hattest und alle sind dir die Bude eingerannt, sondern wie war denn damals dann auch deine Ausgangssituation, bevor wir uns denn dann ja auch kennengelernt haben mit dem Thema 3D-Druck und deinen ersten Schritten dann bei Neuenhauser? Ja, schön wäre es, wenn es direkt ein Selbstläufer gewesen wäre. Ich glaube, da kann man in keinem Unternehmen von ausgehen, dass es direkt von selber so funktioniert, eine Technik direkt perfekt angewendet wird und im vollen Umfang ausgenutzt wird. Deswegen war die Ausgangssituation eigentlich relativ kompliziert, würde ich mal sagen, weil es eine sehr große Aufgabe ist, einfach eine neue Technologie in so einem Unternehmen einfach zu etablieren und nutzen zu lernen. Das ist ja erstmal eine Aufgabe, die man gar nicht so einfach greifen kann. Demnach war die erste Herausforderung dafür, einen Fahrplan zu entwickeln und die ganzen Mitarbeiter bei uns am Standort überhaupt abzuholen. Bei uns am Hauptstandort sind es allein 800 Mitarbeiter und in der ganzen Gruppe, wie ich schon vorhin mal sagte, über zweieinhalb Tausend. Die gilt es im ersten Schritt natürlich zu informieren, was die Technologie überhaupt kann und gleichzeitig sich vielleicht noch vertieft in die Technologie reinzuarbeiten. Und da trifft man natürlich auf die verschiedensten Rückmeldungen aus den ganzen Abteilungen und von den ganzen Kollegen und Kolleginnen. Und die stellen einen im ersten Schritt, glaube ich, vor die großen Herausforderungen. Also die haben Fragen gestellt oder die haben das Ganze extrem abgelehnt wahrscheinlich, oder? Genau, genau. Es gab Kollegen und Kolleginnen, die direkt auch Feuer und Flamme waren und gesehen haben, wie sie ihn nutzen können. Haben vielleicht schon direkt die ersten Ideen gebracht, die ersten Bauteile. Bauteile kamen mit einer Handskizze zu mir. Das ist natürlich schön, aber es gab natürlich auch genau das Gegenteil. Kollegen und Kolleginnen, die irgendwie Skepsis hatten, die vielleicht auch sagten, wir brauchen so eine Technologie gar nicht. Es gab auch Leute, die vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht haben, die vielleicht direkt im ersten Boom 2017, 2018 schon die ersten 3D-Druckteile machen lassen haben, die dann vielleicht kaputt gegangen sind und diese schlechte Erinnerung wirklich bis jetzt 2024 oder 2023 halt diese schlechte Erinnerung noch nach. Wenn man sie jetzt auf die Technologie anspricht, sind sie immer noch komplett anti gegenüber der Technologie, obwohl es da ja weitergegangen ist und man auch Erfahrungen sammelt und auch erst mal lernt, wie man die Technologie nutzt. Das heißt, man hatte da ohne Ende Meinungen, mit denen man konfrontiert wurde, die man natürlich alle einsortieren muss und dann natürlich auch richtig orientieren muss, würde ich mal sagen. Ja, ja, weil meistens meinen die Personen das ja eigentlich nicht böse, sondern die kommen dann eher auf einen zu, weil man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Man möchte die schlechte Erfahrung halt kein zweites Mal sozusagen machen und man möchte ja auch nicht vor seinen Kollegen blöd dastehen. Also das ist absolut nachvollziehbar, wenn man natürlich mit was Neuem auf jemanden zukommt sozusagen. Wenn man diese Herausforderungen, die du gerade angesprochen hattest, das so ein bisschen kategorisieren könnte, welche hattest du denn so grundsätzlich, wenn wir das so drei-, viermal aufzählen könnten? Ja, da würde ich eigentlich ganz grob drei Kategorien an Herausforderungen klassifizieren, die glaube ich auch in allen anderen größeren Unternehmen, vor allem im Maschinenbau, genauso auftreten werden. Wir sehen es selber schon bei unseren Bestandskunden, die sich vielleicht auch mit der Technologie auseinandersetzen möchten, die eigentlich genau dieselben Hürden und Themen haben, die sie bearbeiten müssen, um da erfolgreich zu sein. Die erste Hürde eigentlich, die es zu meistern gilt, ist die Potenzialfindung selbst. Nur weil man die Technologie hat, heißt es ja nicht, dass man sie gleich auch ausnutzt. Das heißt, man muss erstmal lernen, wie man das Potenzial eigentlich findet bei sich im Unternehmen. Und das muss man strukturiert machen. Das war bei uns genauso. Ich musste als erstes lernen, wie ich in den ganzen verschiedenen Bereichen und Produkten mit einer Methode zusammen das Potenzial finde und eine Analyse betreibe, die auch dann zu einem Ergebnis führt, dass man konkrete Anwendungsfälle hat, die man dann prüfen und qualifizieren kann. Die zweite Kategorie kommt dann eigentlich danach. Nur wenn man das Potenzial gefunden hat, analysiert hat und auch qualifiziert hat, dass es Potenzial hat, heißt es ja noch nicht, dass man es umgesetzt hat. Das heißt, die nächste Hürde ist eigentlich auf Ebene der Kommunikation. Weil desto größer das Unternehmen, desto komplizierter ist, meiner Erfahrung nach, auch die Kommunikation. Das heißt, man muss ganz strukturiert dann dieses Potenzial kommunikativ auch bearbeiten. Das heißt, alle Leute, die davon betroffen sind in der Umsetzung, die müssen strukturiert quasi, ja, mit dem muss man strukturiert reden, damit man am Ende auch zum Ziel führt und das nicht irgendwie wieder im Sande verläuft. Man darf vor allem, glaube ich, da falle ich dir ganz kurz ins Wort, vor allem nicht Dinge sagen, die dazu führen, es noch schlechter zu machen. Die muss man halt kennen, diese Dinge. Dass man nicht irgendwelche Einwände natürlich mit reinbringt, die dazu führen, dass man sich noch weiter davon entfernt von dem Potenzial. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ja, und dein dritter Punkt? Mein dritter Punkt, der ist dann quasi das Nachbetrachten der Anwendungsfälle. Also, was haben wir jetzt umgesetzt? Das Reflektieren. Also einmal, was hat uns dieser Anwendungsfall überhaupt gebracht? Das ist natürlich wichtig. Aber auch, wie haben wir diesen Anwendungsfall jetzt in die Umsetzung gebracht? Gäste Punkte, die wir besser machen könnten? Und dann gibt es diesen Anwendungsfall eigentlich ähnlich noch bei 27 anderen Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen, die man darauf ansprechen könnte. Also sozusagen das Muster dahinter erkennen? Genau, genau. Ist da irgendwie ein Muster hinter, was man dann reproduzieren kann? Ja, also das sind alles, ich sage mal, ganz spannende Herausforderungen, wo viele sagen, okay, allein schon an der Potenzialanalyse scheitert es vielleicht, weil man gar nicht weiß, was man alles drucken kann. Weil man vielleicht auch nur aus der Branche immer nur die Dinge kennt, die die Branche halt kommuniziert mit Raketenteilen und so weiter. Aber ich gehe mal davon aus, das waren alles auch super einfache Teile, die ihr dann hauptsächlich gedruckt habt, oder? Das waren jetzt nicht super spezielle Teile. Ja, für den ersten Schritt auf jeden Fall. Also um die ersten positiven Erfahrungen überhaupt mit der Technologie zu sammeln, sind eigentlich die einfachen Teile meine Lieblingsteile. Ich freue mich immer, wenn ein Kollege oder eine Kollegin direkt mit einem Teil vorbeikommt, was nur zwei Bohrungen und eine Faser hat, aber direkt schon daran denkt, das zu drucken, weil es das Teil vielleicht ganz schnell braucht oder in einer Stückzahl, die für kein anderes Fertigungsverfahren passt. Das sind eigentlich die schönsten Teile, weil es auch die schnellsten Erfolge sind. So ein Teil ist einfach umzusetzen, da gibt es nicht viel zu ingenieren dran. Man druckt es, kann es einbauen, es funktioniert, man hat ein Problem gelöst, zack, positive Erfahrung. Das ist eigentlich immer der Traumeinstieg bei einer Person, die man vom 3D-Druck überzeugen möchte. Und der Podcast soll dir jetzt ja eher als Anleitung dienen heute. Welche drei Schritte, um es mal so ganz einfach zu machen, waren denn notwendig, um auch diese Herausforderungen auch umzusetzen, dann auch in ein Ziel? Wie würdest du das denn so ein Stück weit zusammenfassen? Was wären denn doch so deine Hauptpunkte, wenn wir jetzt jemandem einen Hinweis mitgeben könnten, im Sinne von, hey, das sind drei Schritte und wenn du die Reihenfolge allein schon einhältst, dann bist du schon gut dabei. Was wären denn das so drei Schritte bei dir? Ja, drei Schritte wären eigentlich, beginnend immer auf der persönlichen Ebene, dass man selber Potenzial findet, dass er im nächsten Schritt den Kollegen das Potenzial klar macht und die davon überzeugt, das auch umzusetzen und im letzten Schritt das Potenzial dann halt zu reflektieren. Wenn man sich eigentlich in jedem Anwendungsfall immer an diese, oder in jedem Bereich, sage ich mal, an diese drei Schritte hält, kann man es immer wieder reproduzieren. Man geht in eine neue Abteilung, man sucht nach Potenzial, man setzt es um zusammen mit der Abteilung, kommuniziert das richtig und man reflektiert es einmal. Dann kann man es immer wieder genauso wiederholen. Und jeder einzelne Schritt hat halt dann seine Hürden, mit denen man umgehen muss. Und ja, im nächsten Schritt passiert das natürlich dann am liebsten als Selbstläufer, dass man selber nicht mal die Potenzialanalyse macht, sondern dass man dann die nächste Person überzeugt hat davon. Der kann dieselben Schritte auch wieder durchführen. Und ja, dann passiert eigentlich so ein Schneeball-Effekt, dass sich das reproduziert. Das ist natürlich der Traum dann dabei. Ja, aber so ist ja auch immer das generelle Vorgehen, dass man in die Abteilung reingeht, mit den Leuten spricht und herausfindet, was hält die da so zurück, was findet man dort und dann auch genau nachprüft, gibt es auch vielleicht noch andere Abteilungen, die ein ähnliches Problem haben, weil im Grunde genommen gibt es viele Abteilungen, die etwas montieren, die etwas zusammensetzen, die etwas fertigen und so weiter. Dort werden überall ähnliche Bauteilgruppen sozusagen ja im Endeffekt auch benötigt, wenn man das so sieht. Genau, so setzt man dann den Grundstein bei den Kollegen und Kolleginnen, um zu verstehen, was der 3D-Druck eigentlich für einen Mehrwert bringt. Und dann als nächsten Schritt, der vielleicht langwieriger ist, wandert dann dieses Wissen oder diese Erkenntnis dann in die Konstruktion über und wird am besten natürlich in den neuen Produkten, die entwickelt werden, direkt mit berücksichtigt. Dass man gar nicht mehr den Weg machen muss, an bestehenden Prozessen und Produkten das Potenzial zu finden, sondern dass das Potenzial schon bestmöglich in der Konstruktion ausgeschöpft wird. Und wir hatten schon die Fälle, eine Maschine wird neu konstruiert von einem Konstrukteur, der den 3D-Druck komplett verinnerlicht hat. Zielvorgabe war, die Maschine muss 30 Prozent günstiger werden. Und auf einmal sind in so einer Maschine 15, 20 3D-Druckteile drin. Einfach nur, weil der Konstrukteur dann den Mehrwert schon verstanden hat und sich die Maschine unter dem richtigen Blickwinkel anguckt und das Potenzial sieht und umsetzt. Ja, ich glaube auch bei jedem Ingenieur, der dieses Thema 3D-Druck so richtig verstanden hat oder auch Konstrukteur, der macht es automatisch dann irgendwann. Da ist es einfach drin und denkt man sich, warum soll ich dieses Bauteil jetzt fräsen oder drehen oder mit einem anderen Verfahren aufwendiger vielleicht herstellen? Warum kann ich es nicht einfach drucken? Also ich glaube, dieser Produktivitätsgedanke, der ist dann einfach tief in den Leuten verankert und dann machen die das regelmäßig so. Also das ist wirklich super umgesetzt. Gab es denn da auch so den einen oder anderen Moment, wo du vielleicht mal ganz kurz noch erzählen kannst, was ganz lustig war oder was dir mal ganz stark hängen geblieben ist bei so einer Potenzialanalyse, wenn du mit den Leuten gesprochen hast? Am meisten bleibt mir immer im Gedächtnis eigentlich, wenn ich die ganz profane Frage stelle, meistens in der Fertigung, was ist die nervigste Aufgabe, die du hast? Und das dann am besten direkt dem Fertigungsleiter oder irgendeinem Mitarbeiter, der an den Produkten arbeitet, dem die Frage stellen, was ist die nervigste Aufgabe, die du hast? Und das ist jetzt schon öfter passiert. Dann überlegt die Person immer kurz und holt da meistens irgendwie ein Bauteil raus oder zeigt mir irgendein Bauteil oder eine Zeichnung von etwas, wo ja ganz viel Handarbeit reinsteckt. Hier, da muss ich einen Teil ganz lange immer von Hand bearbeiten. Da wäre jetzt ein explizites Beispiel, eine Art Luftfilter war das. Da war ein Blech drum, ein rund gebogenes Blech, was eigentlich von Hand, ich sag's mal, gedengelt wurde, dass es um ein Filternetz passt. Und das Teil war eigentlich pure Handarbeit. Ja. Und da sagt der Mitarbeiter natürlich zu Recht, das kostet mich Nerven, das kostet mich Zeit. Und da habe ich direkt gesehen, ja gut, so ein von Hand gedengeltes Bauteil, da machen wir ein Druckteil von. Du gibst mir nur noch dein Filternetz, was da rein muss. Und ich umdrucke dir das komplett im FDM. Du gibst mir nur noch die Netze, stellst mir dir bei, ich drucke ein Teil, leg das während des Drucks ein, druck da einen Bund drüber und du hast deinen Filter, der eigentlich von der Grundgeometrie genauso aussieht wie vorher. Aber ohne irgendwie einen Finger krumm zu machen und Handarbeiter reinzustecken. Das sind eigentlich, davon gab es jetzt schon mehrere Momente. Das sind eigentlich die schönsten, wenn die Frage, was ist die nervigste Aufgabe, wenn die so funktioniert. Ja, ja. Das ist nämlich ganz wichtig, am Anfang die richtige Frage zu stellen, um sozusagen den Weg ja dann auch zu ebnen für das Thema 3D-Druck und eine Verbesserung schlussendlich. Aber dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dort aus der Fertigung, die liebt dich jetzt wahrscheinlich. Und die hat es so richtig verinnerlicht, dass sie diese nervige Aufgabe nicht mehr machen muss. Da fällt wahrscheinlich jetzt viel Zeit weg und viel Arbeit und viel Frust in dem Fall, weil man es sozusagen gefunden hat. Also es ist ja nicht so, dass auf einmal so ein rotes Fähnchen hochgeht in der Fertigung und dann heißt es, hier ist eine Anwendung. Es wäre schön, wenn es so wäre. Aber man muss die richtig herauskitzeln in dem Fall. Also das ist ja echt ein cooles Beispiel. Wenn wir schon bei den Ergebnissen sind, was waren denn so die Ergebnisse aus unserer Zusammenarbeit noch, wenn du das so ein bisschen zusammenfassen könntest? Ja, die Ergebnisse. Also unsere Zusammenarbeit ist ja noch gar nicht so lang. Wenn ich jetzt zurückgucke, haben wir eigentlich erst im September angefangen, aktiv zusammenzuarbeiten. Ich selber betreue das ganze Thema bei uns auch jetzt erst seit anderthalb Jahren, vielleicht zwei Jahren wirklich intensiv. Und in der Zeit, jetzt in der Zeit, in der wir zusammenarbeitet haben, haben wir die Produktionskapazität jetzt schon um 40 Prozent erhöhen können und regelmäßig Produktanfragen, also das, was wir eigentlich wollen, dass die Produkte direkt von uns zu kommen, ohne die Potenzialanalyse. Das heißt, wir haben jede Woche mindestens fünf bis zehn Anfragen für konkrete Bauteile, wobei jemandem im Unternehmen schon dieser Denkprozess eingesetzt hat, der schon das Teil bewertet hat und schon von selber auf den Gedanken gekommen ist, ja, das sollten wir drucken oder das könnten wir drucken. Oder ich frage wenigstens mal bei der 3D-Druckabteilung, ob wir das nicht drucken könnten, weil das reicht ja schon. Das muss ja einfach nur zu mir kommen. Und so haben wir jetzt deutlich mehr einfach direkte Anfragen und Denkanstöße bei den Kollegen quasi platziert und haben in der Zeit, in diesen paar Monaten, kann man ja fast sagen, schon mehr als 180 Bauteile umgesetzt und produzieren in der Woche eigentlich also immer mindestens 30 bis 40 verschiedene Bauteile und können jetzt sukzessive quasi unsere Kapazität steigern und uns immer weiteren Themenfeldern widmen und immer mehr Technologien ins Boot holen und das ganze Thema immer weiter wachsen lassen und immer wieder das übliche Schema Potenzialanalyse, saubere Kommunikation und Ergebnisse reflektieren in allen unseren Bereichen, reproduzieren und immer mehr Leute quasi, ja, Davon überzeugen, ne? Ja, den Gedanken in den Kopf pflanzen, hier 3D-Druck existiert und wir können damit was Sinnvolles machen. Und das soll natürlich jetzt, oder das wird genauso weiter wachsen, denn meiner Meinung nach sind wir der erste am Anfang. Wir haben jetzt schon eine ganz ordentliche Produktionskapazität von mehreren tausend Stunden in der Woche, aber das ist erst der Anfang. Da bin ich mir sicher, wenn ich das auf unserer Unternehmensgruppe, oder wenn ich das in unserer Unternehmensgruppe betrachte und wie viele Kunden wir eigentlich noch haben, die eigentlich auch Maschinenbau machen, wird das gerade erst der Anfang sein und genau so wollen wir natürlich dann weiter jetzt wachsen und alle mit ins Boot holen und allen zeigen, 3D-Druck ist ein echter Mehrwert im Maschinenbau. Ja, und kann unheimlich viele Kosten einsparen und auch viel Zeit einsparen, wenn man weiß, dass man die richtigen Anwendungen halt findet. Aber das ist mega spannend, also was ich bei dir jetzt auch ganz stark gemerkt habe, wo du gerade berichtet hast von den Ergebnissen, dass du schon stark diesen Gedanken auch jetzt bei dir im Kopf hast, wenn du die Potenzialanalyse nicht richtig machst und auch nicht richtig ansprichst, dann haben auch deine Kollegen keine super Teile und auch keine Erleichterung, wenn man das so sieht. Also dieser Schmerzpunkt ist da bei denen schon ganz stark und auch bei dir angekommen, dass du denen richtig gut helfen kannst. Das ist echt, das ist einer der wichtigsten Gedanken überhaupt und natürlich auch, dass es da draußen ganz viele Unternehmen gibt, die natürlich einen ähnlichen Schmerzpunkt haben, denen man eigentlich helfen müsste. Und was ich auch noch super spannend fand, zum Beispiel bei uns in der Zusammenarbeit, dass es bei dir weniger um das Thema Vorrichtungen jetzt ging, sondern vielmehr um wirkliche Produktanwendungen, Bauteile bei euch in den Produkten, die ihr anbietet, zusammenbaut, verkauft sozusagen. Das ist auch so ein bisschen mein persönlicher Anspruch. Ich weiß, man kann die IT-Befertigung für viele Vorrichtungen, für viele Hilfsmittel nutzen und viele verorten den 3D-Druck ja auch einfach noch im Prototypenbau. Das ist auch richtig, der hat da seine Relevanz, der bietet da mit Sicherheit auch einen Riesenmehrwert oder garantiert einen Riesenmehrwert, das weiß ich. Aber ich habe mir von Anfang an, als ich gesagt habe, ich mache das bei uns im Unternehmen, den Fokus auf Produkte gesetzt, weil da einfach der Hebel drin steckt und da müssen wir ja langfristig auch hinkommen. Der Riesenmehrwert soll ja nicht nur das Fertigungsverfahren sein, was immer nur für den Prototypen, immer nur für die Kleinserie verwendet wird, weil es soll auch das Fertigungsverfahren sein, was einfach ein Standardfertigungsverfahren am Ende ist im Vergleich zu allen anderen. Also mein Plan und mein Ziel ist es, ganz klar, unsere Hallen sind voll mit Fräsen, wir haben Lackierabteilungen, wir haben jedes Fertigungsverfahren vertreten und der D-Druck ist genauso eins davon mit einem Riesenpotenzial, was genauso in der Serie auch genutzt werden soll und das Fertigungsportfolio einfach erweitert und auf jeden Fall in die Serie muss, weil wenn es nur in den Prototypen bleibt, dann stagnieren wir, dann bleiben wir hängen und das glaube ich nicht. Das sollten wir nicht und dafür ist das Potenzial viel zu groß. Ja, die Opportunitätskosten aus meiner Sicht sind viel zu groß, die man sich doch natürlich dann auch, diese Möglichkeiten, die man sich entgehen lässt, wenn man die Technologie wirklich nicht nutzt, und zwar als Werkzeug. Was hat dir denn in der Zusammenarbeit mit 3D-Industrie denn am meisten gebracht? Und wie ist es dir denn da so dabei ergangen, wo wir zusammengearbeitet haben? Ja, also am meisten gebracht haben wir tatsächlich die Werkzeuge, die man an die Hand gegeben bekommt, weil die Aufgabe ja, die ich hatte, sehr groß ist, einfach eine Technologie zu etablieren und zu nutzen. Das ist schwer greifbar. Ich glaube, da stehen noch andere Leute genauso in dem Konflikt oder vor den Problemen. Wie gehe ich denn so eine Aufgabe überhaupt an? Wie mache ich mir einen Plan? Beziehungsweise was muss ich machen? Und da hast du mir eigentlich konkrete Werkzeuge an die Hand gegeben, wie ich jetzt diese drei Schritte, die ich vorhin nannte, bearbeiten kann. Ein Werkzeug, ganz klar, wie ich die Potenzialanalyse mache, wie ich die strukturiert mache, wie ich die immer reproduzierbar mache und dann auch die Abläufe und die Werkzeuge, wie ich danach die Kommunikation gestalte. Das heißt, ich kann diese Werkzeuge immer wieder herausholen, neu abspulen und das Potenzial irgendwo aufdecken oder irgendwo einen Anwendungsfall in die Umsetzung bringen. Das hat mir eigentlich geholfen, dass man erst den Plan macht und dann eigentlich nur noch diese Werkzeuge immer wieder verwenden kann. Also, dass man das wiederholt, was eh schon gut funktioniert hat, die ganze Zeit. Und unter Werkzeuge, da verstehst du ja jetzt nicht einen Hammer, den ich dir mitgegeben habe oder einen Schraubenschlüssel, sondern eher die richtige Methode, um es anzusprechen. Wenige kleine Schritte gehe ich davon aus. Hast du das wahrgenommen? Und es war auch für dich, wenn ich da nochmal nachfragen darf, es war auch einfach, das anzusprechen. Es war jetzt, glaube ich, auch nicht super kompliziert, diesen Weg auch einzuhalten, weil sonst hättest du es ja nicht so oft gemacht. Nee, im Prinzip macht es das ja so einfach, dass es den ganz klaren Fahrplan gibt. Wie mache ich die Potenzialanalyse vor Ort? Welche Schritte halte ich ein, um einen Anwendungsfall dann zu qualifizieren und zu sagen, ja, den setzen wir um? Und wie bringe ich ihn dann in die Umsetzung, dass es ganz klare Schritte gibt, die ich dann nur noch abarbeiten muss? Das hat mir dann, das hat mir quasi die ganzen kleinen Aufgaben, die man eigentlich machen muss, um das große Ziel zu erreichen, dann einfach erleichtert. Ja, ja, ja. Und wie geht es jetzt dann bei euch weiter? Was sind so eure nächsten Schritte, außer die Dinge immer wieder zu wiederholen und noch mehr Anwendungen zu finden? Also, ja, klar, das Wiederholen, das hört, glaube ich, auch nicht auf. Das machen wir natürlich immer weiter, weil wir sind da noch nicht am Ende bei uns intern oder ich sage mal in der Gruppe intern. Der nächste Schritt ist natürlich, wir wollen ganz klar unsere Kunden damit unterstützen. Wir sind ein Maschinenbauunternehmen, was sehr divers aufgestellt ist und genauso sind eigentlich auch unsere Kunden. Unsere Kunden sind hauptsächlich auch wieder Maschinenbauunternehmen, die Produkte herstellen oder für die wir Produkte montieren oder Dienstleistungen erbringen. Und diesen ganzen Kunden, das sind, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, das müssen Hunderte sein, wenn nicht sogar Tausende, an die möchte ich jetzt eigentlich im nächsten Schritt herantreten und denen genauso anbieten. Den Fortschritt, den wir jetzt gemacht haben, den können wir bei unseren Kunden genauso machen, weil der ist eins zu eins so reproduzierbar. Das Potenzial, was wir gefunden haben und die Ersparnisse, die wir erbracht haben, die liegen genauso bei unseren Kunden. Und jedes Unternehmen sollte, glaube ich, zusehen, natürlich innovativ zu bleiben und sich neuen Technologien nicht zu verschließen. Und da möchten wir unsere Kunden einfach unterstützen. Das heißt, solche Potenzialanalysen, die machen wir immer liebend gern auch bei unseren Kunden. Wir fahren gerne zu denen und gucken selber bei denen, was für ein Potenzial liegt da und setzen das zusammen mit denen um, stellen die Teile dann für die her. Weil die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die können wir ja nutzen und einfach Effizienz da reinbringen, einfach schneller den Fortschritt machen. Dass ein Kunde jetzt nicht diesen langwierigen Weg machen muss, die Erfahrung, die wir uns jetzt in diesen zwei Jahren oder die Erfahrung, die ich mir generell in der Technologie in den letzten sechs Jahren aufgebaut habe, das können wir dem Kunden ja ersparen. Der kann ja direkt an den Punkt quasi einsteigen, dass wir mit unserer Erfahrung vorbeikommen und das reproduzieren. Und das bieten, das möchten wir jetzt genauso allen unseren Kunden anbieten. Und da ich halt für unsere Gruppe eigentlich der universelle Ansprechpartner bin und wir das auch auf relativ kurzer Kommunikationsebene machen, weil so funktioniert das nur. Wir können nicht einfach nur eine Zeichnung hin und her schicken und dann drucken wir das. Das ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Man muss immer einfach auf dem direkten Weg kurz einmal über einen Anwendungsfall sprechen. Erst dann kann man das Potenzial auch wirklich nutzen, weil dann sieht man auch erst das ganze Potenzial. und das müssen wir bei unseren Kunden oder das bieten wir unseren Kunden genauso an. Die dürfen sich ganz unkompliziert bei mir melden und sagen, ey, wir wollen uns damit auseinandersetzen. Wie sollen wir das tun? Kannst du uns dabei helfen? Ja, und du hast ja auch grundsätzlich jetzt auch die richtigen Werkzeuge dafür, die Schritte auch zu gehen. Ihr habt es selber wirklich hervorragend umgesetzt. Ich bin selber auch mega erstaunt, was ihr alles gefunden habt, welche Teile ihr gefunden habt, wie schnell das bei euch gegangen ist. Und wir haben ja auch ein paar coole Tricks auch angewendet, so ein paar Kleinigkeiten, die dann auch richtig viel gebracht haben, wo jeder vielleicht am Anfang auch ein bisschen skeptisch ist und sagt, was, das funktioniert? Ja, das hat schon immer funktioniert. Das verraten wir im Podcast jetzt nicht in dem Fall. Letzte Frage oder eine der letzten Fragen, die ich jetzt noch an dich habe, ist, würdest du uns denn weiterempfehlen in der Zusammenarbeit? Ja, also grundsätzlich würde ich 3D-Industrie und dich, Johannes Lutz, auf jeden Fall weiterempfehlen, weil du den Knackpunkt so ein bisschen klar machst. 3D-Druck funktioniert ein bisschen anders wie andere Fertigungstechnologien. Man hat ein sehr hohes technologisches Potenzial, was man machen kann. Und das Problem in der Umsetzung liegt nicht auf der technologischen Ebene. Man kann Kostenproblematiken, man kann Herstellungsproblematiken, die kann ein Ingenieur lösen. Das geht und das entwickelt sich sowieso weiter. Die Technologie entwickelt sich ja immer weiter. Beim 3D-Druck muss man jetzt eher auf der kommunikativen Ebene angreifen und da die Hürden bearbeiten. Da die Skepsis bei den Kollegen und Kolleginnen herausnehmen und dort die Gedankenpunkte, nenne ich es mal, mir fällt kein besseres Wort ein, die setzen in den Köpfen, wo man Potenzial für den 3D-Druck findet. Und das passiert alles halt auf der kommunikativen Ebene. Und die bremsen gerade eher den 3D-Druck aus, dass er nicht vorankommt. Und das machst du ganz gut klar und hast diese Knackpunkte verstanden und kannst dann halt die uns beibringen, wie man die bearbeitet. Ja, also erstmal danke für dein Feedback, was das angeht, weil das ist so einer der wichtigsten Punkte. Die deutschen Maschinenbauer, die sind echt verdammt gut in ihrer Technik. Das habe ich bei euch auch gesehen. Ihr habt dieses Thema komplett raus. Die Baugruppen, die ihr macht, die Produkte, die ihr macht. Und der einzigste Punkt, der es natürlich ganz oft zum Scheitern bringt oder nicht richtig ins Rollen bringt, ist, dass man eine ganz andere Denkweise benötigt oder irgendeine Denkstruktur hat. Für die man selber gar nichts kann. Wo man gar keine Schuld trägt, weil vielleicht ist es schon immer falsch kommuniziert worden. Oder derjenige hat einfach Pech gehabt, weil er an falsche Bauteile herangeraten ist. Und derjenige hat es ihm vielleicht auch nicht richtig gezeigt. Und denen gilt es jetzt natürlich zu helfen, weil die haben auch alle natürlich Potenziale. Und es macht so viel Spaß. Die Zusammenarbeit mit dir hat ja auch mega Spaß gemacht, wenn wir die Gespräche hatten. Und du dann immer mit Aufgaben auf mich zugekommen bist und hast gesagt, Johannes, ich habe da gerade so eine Situation. Wie soll ich die denn am besten angehen? Und jedes Mal beim nächsten Gespräch wusste ich ein Stück weit, okay, du bist auf jeden Fall einen Riesenschritt weitergekommen, hast vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten als Fragen, um das dann noch vollkommen sozusagen zu klären. Ja, genau so war es. Eigentlich die Werkzeuge anwenden und kleinere Probleme besprechen und wieder lösen. Ja, genau. Dafür sind die Beratungsgespräche ja da, dass wir da auch ausgiebig drüber sprechen können. Und das natürlich auf deine Situation umgemünzt ist und auch zu dir passt. Und du genau weißt, diese fünf Dinge, die sind jetzt wichtig als nächstes umzusetzen. Weil die Wissensaufnahme, die hat ja super einfach bei uns über die Online-Plattform geklappt. Vielleicht kannst du da noch ganz kurz drauf eingehen, wie war denn diese Wissensaufnahme von all den Werkzeugen und die Erklärungen, die wir dort mitgegeben haben mit den Worksheets? Das war eigentlich relativ einfach. Also durch die relativ kurzen Abschnitte oder relativ kurzen Themen, die bearbeitet wurden, konnte man sich eigentlich die Wissenspakete hintereinander weg anschauen, verinnerlichen. Die waren ja auch noch unterstützt durch Unterlagen, durch Ansichten und Ablaufpläne, wie man die Werkzeuge anwendet. Und so war das eigentlich ziemlich einfach, sich die ganzen Werkzeuge einmal anzusehen in den Videos und mit den Unterlagen und hat sie eigentlich immer nach dem ersten Mal anschauen schon direkt verstanden und kann dann eigentlich direkt in die Anwendung gehen. Und genauso kann man es dann bei den Kollegen reproduzieren und denen diese Werkzeuge eventuell dann auch genau so beibringen. Ja, und was ich auch noch gemerkt habe, wenn man dann selber keine Blockade hat, die ganzen Sachen umzusetzen, dann funktioniert das auch richtig gut. Das habe ich bei dir ganz, also wirklich ganz selten gespürt, dass du mal so etwas gesagt hast wie, da tue ich mich gerade schwer, das umzusetzen, sondern du hast das eigentlich mit viel Mut genommen und hast gesagt, so, ich mache das jetzt und let's go, weil ich habe ja die richtigen Werkzeuge dafür. Ich stelle am Ende des Podcasts immer so zwei persönliche Fragen noch. Bist du bereit dafür? Ja, hau gerne raus. Jede Frage ist gut. Okay, dann beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich. 3D-Druck ist für mich eine Art Erweiterung der Kreativität, würde ich sagen. Okay. Ich bin ja Produktdesigner, gelernter und Konstrukteur und komme aus dem Maschinenbau und 3D-Druck ist für mich das Verfahren, wie ich am schnellsten eigentlich meine Ideen umsetzen kann. Weil von meiner Idee, die ich im Kopf habe, über das CAD-System ab auf den Drucker, schneller kann ich eine Idee nicht umsetzen, glaube ich. Und das ist immer noch das, was mich für einen 3D-Druck oder mich beim 3D-Druck so fasziniert. Dass ich jede Idee, die ich habe, so schnell umsetzen kann und tatsächlich auch Ideen, die Kollegen haben, so schnell umsetzen kann. Am schönsten sind eigentlich immer die Momente, wenn ein Kollege mit einer Idee kommt und die nicht mal auf ein Stück Papier aufgezeichnet hat, sondern mir die nur in 3 Sätzen beschreibt, ich die im CAD in 5 Minuten zusammensetze und sie dann nochmal 5 Minuten später schon auf dem Drucker sind. Es ist so geil. Das ist richtig. Also dafür brenne ich ja auch. Da hat jeder so sein Feuer entdeckt. Aber ich habe gerade auch richtig gespürt, wie es dir anfänglich auch gegangen ist, weil du mit dieser Aussage viel rein projiziert hast in die erste Frage, die ich dir da doch jetzt im Podcast gestellt habe, wie hat das alles denn angefangen? Und ich glaube, das begleitet dich noch eine ganze Zeit lang mit dem von der Idee ins CAD und danach an den Drucker schicken und innerhalb kürzester Zeit ein Bauteil in der Hand zu halten und einfach ein Lächeln im Gesicht zu haben. Ja, genau. Und was war so dein tollstes Bauteil aus einem Drucker, was du so je in der Hand hattest? Gibt es da eins? Da gibt es bestimmt ganz viele. Wenn ich jetzt mal anknüpfe, gerade an den Gedanken, den wir hatten, dass man eine Idee wirklich schnell umsetzt, dann habe ich ein Teil im Kopf, das war quasi, das nennt sich Laserzentrierer. Das ist noch nicht der richtige Produktname. Aber es ist ein fertiges Produkt. Das ist eigentlich nur ein Bauteil, was man auf ein Werkzeug aufschraubt. Vorne ist ein Laserpointer dran und man kann dann die Maschine, wo das aufgeschraubt ist, ausrichten. Aber es ist ein komplett fertiges Produkt, was man verwendet, was man vertreiben kann. Und es ist komplett gedruckt. Das ist ein super Anwendungsbeispiel, weil man hat die Aufgabe, ein Laser muss irgendwo ran und ich brauche ein Produkt dazu. Der Rest des Produkts ist gedruckt. Er ist eben konstruiert, gedruckt. Und man hat eher von ein paar Iterationsstufen ein paar Tagen sein fertiges Produkt entwickelt, was man vertreiben könnte. Und schneller kann man ein Produkt nicht entwickeln. Das sind natürlich die richtig geilen Produkte, die man entwickelt. Aber wenn ich jetzt an konkrete, auch an Bauteile denke, sind, wie ich am Anfang schon sagte, die einfachen Teile auch immer die tollen. Einfache Teile in hoher Stückzahl. Davon hatten wir schon so viele, die man einfach von einem Kollegen mit einem Problem kommt. Ich brauche dieses Teil, hat zwei Löcher, vier Phasen und ein Gewinde. Ich brauche davon aber ganz schnell 300 Stück, am besten bis morgen. Und du hast fünf Minuten später sechs Drucker laufen, wo dieses Teil läuft. Das ist richtig gut. Man merkt auch richtig in deiner Stimme dieses Feuer und dieses Lächeln, als du da gerade erzählt hast. Also ich habe es zumindest sehr stark gespürt, gerade eben, dass dich das ganz arg antreibt. Und natürlich im Hintergrund, du den Mitarbeitern bei dir in der Firmengruppe natürlich ganz stark auch helfen willst. In dem Fall. Wenn jetzt so eine Hörerin oder ein Hörer, zum Teil auch vielleicht aus der Firmengruppe oder euren Kunden natürlich jetzt nochmal Kontakt mit dir aufnehmen will, dann stellen wir in die Shownotes natürlich die Webseite und auch LinkedIn. Und gerne, wenn du auch mir das okay gibst, wenn du möchtest, auch E-Mail-Adresse und Telefonnummer, dass die sich melden können. Also das ist wirklich eine ganz klare Ansage. Wenn es hier was gibt, wo man auch wirklich sagt, ich habe da nochmal eine Rückfrage, wie habt ihr denn das gemacht? Dann kann man gerne nochmal auf dich entsprechend zurückkommen. Genau. Wie ich gerade schon sagte, die unkomplizierte Kommunikation ist der Key bei der Sache. Demnach darf nicht wirklich jeder, jeder unserer Bestandskunden, jeder unserer vielleicht auch zukünftigen Kunden oder Leute, die einfach interessiert sind, dürfen sich direkt bei mir melden, mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben oder meinetwegen auch bei LinkedIn schreiben, ganz unkompliziert. Und eine Frage stellen oder einfach nur vielleicht die Frage stellen, ich möchte mich mit 3D-Look auseinandersetzen, wie mache ich das denn? Und darf dann gerne von unseren Erfahrungen profitieren. Und das passiert alles auf einer ganz menschlichen, ganz kurzen Kommunikationsebene, weil nur so ist man auch wirklich schnell erfolgreich und lernt das Potenzial, das immense Potenzial auch auszunutzen. Ja, ja, absolut. Dann sind wir schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Mathis, also mir hat es richtig Spaß gemacht, mich mit dir da ausgiebig zu unterhalten. Ich glaube, dass auch von den Hörerinnen und Hörern einiges dabei war, die es nochmal aus einem anderen Licht betrachten und dich jetzt auch kennengelernt haben darüber. Danke, dass du dabei warst und bis zur nächsten Podcast-Folge. Sehr gerne. War eine schöne Folge. Und an alle gerne einfach melden. Ciao.